Yoga Mental, die neuen Gesundheitswege frisch aus der Alltagspraxis vom Team Mental Power for You. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, heute mit dem spannenden Fall Tinnitus, gefühlte Watte im Kopf und die Nackenschmerzen. Ich werde Ihnen heute einen neuen spannenden Fall aus der Praxis vorstellen. Für alle, die die Methode und Vorgehensweise genauer interessiert, hören Sie immer am Ende des Falls die Methoden und Vorgehensweisen an, erklärt von meiner Kollegin Katharina. Natürlich erwartet Sie da auch Ihr Geschenk. Dieses ist exklusiv und limitiert. Sie bekommen es am Ende erklärt.